Iveco Euro Cargo, ein 75-210, das klingt nach der kleineren Maschine, 4,7 Liter und 7,5 Tonnen. Das heißt, ist er noch auf 7,5 Tonnen, man kann ihn ja auflasten. Der Vorbesitzer hat tatsächlich einen Lkw-Führerschein schon seit eh und je und hat ihn auf 7,8 Tonnen aufgelastet, weil er eben den Führerschein dafür hat. Und natürlich kann man den Wagen immer noch 7,5 Tonnen ablasten, wenn man eben daran denkt, dass man nicht zu viel mitnimmt. Ja, Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt heute am fetten Donnerstag, Karnevalzeit hier im Saarland. Wir nutzen die Zeit mal, um was Sinnvolles zu machen. Nee, war Spaß, um euch ein paar Autos zu zeigen. Ein schönes Auto, steht gut da. Ein wirklich ein ganz tolles Fahrzeug vom Pflegezustand her. Sehen wir gleich auch drin, ich denke, man sieht sogar im Video den Pflegezustand innen. Das ist hervorragend. Und der Vorbesitzer hat das Fahrzeug gehegt und gepflegt, war im Erstbesitz gewesen. Und er hat sogar auch eine Verbesserung eingebaut, die ich richtig toll finde. So, es hat kein Festtanktoilette, das ist so. Also man konnte es ja früher bestellen, das hat aber einen Grund. Der Vorbesitzer ist nur einen Notfall aufs Klo gegangen. Es hat eine ganz normale Chemietoilette drin, eine Kassettentoilette. Der hat das schon ganz normal genutzt. Allerdings fährt er schon seit Jahren immer wieder auf Campingplätze und möchte bei längeren Aufenthalten vermeiden, dass er das Wohnmobil dann immer umparken muss, die Tanks leer machen muss. Für ihn war es sehr wichtig gewesen, dass in diesem Fall mal kein Saga-Toilette drin ist, sondern eben die standardmäßige Toilettenkassette von Tedford. Ja, das ist nämlich so. Wenn du stehst, zum Beispiel in Spanien, hast du einen tollen Platz und dann musst du zum Entsorgen nämlich mal richtig schön fahren. Du kannst nämlich nicht die Fäkalien ins Abwasser lassen. Nee, und natürlich könntest du hingehen, das machen ja auch viele, und leiten dann eben vom Fäkalienablassstutzen das Ganze ab in ein Gefäß und bringen es immer wieder weg. Lecker. Ja, es geht. Ansonsten musst du wirklich dann eben auch dann umparken, wenn du längere Aufenthalte machst oder du musst eben, wenn du sagst, du brauchst nur eine Woche an einem Platz und dann ist dir ja wurscht, dann entleerst du das und dann ist das sogar spitzenmäßig mit einem Saga. Kann ich den ablasten? Ja. Der war ja abgelastet und der wurde aufgelastet auf 7,8 Tonnen. Das heißt, wir können daraus einen 7,5 Tonner machen. Darunter ist ein richtiger LKW mit allem, was das Herz begehrt. Baujahr, was ist das? 2017. Also gerade mal fünf, sechs Jahre alt. Siehst du das an dem Auto innen? Unheimlich schwierig, nein. Du siehst es aufgrund der Holzfarbe nicht, weil das eben gebaut wurde von 2013 bis 2020 und du siehst es eben aufgrund des Pflegezustands überhaupt nicht, wie alt der Wagen ist. Kommt aus Luxemburg, so viel kann man sagen. Also ein Luxemburger Auto. Wir sind ja hier ganz in der Nähe von Luxemburg. Für dich ist das Home Run. Ich glaube, Luxemburg zum Tanken. Ja. Eine Dreiviertelstunde bist du da? Genau, ja. So, hier siehst du Concorde Centurion Style. Kam das früher so mit dem Auge hinten oder hat der das gemacht? Nee, also der Wagen, der stand zwar immer zu Hause beim Vorbesitzer, aber das Heck hat Sonne abbekommen. Das heißt, der Aufkleber, der hat seinen Weichmacher verloren und wurde hässlich. Und er hat dann eben sich diesen Aufkleber machen lassen, wollte aber dann den Diamant, den neuen, eben schon drauf haben und hat sich ein bisschen individualisiert an der schwarzen Folie in der Seitenwand mit einem blauen Streifen eben unter der schwarzen Folie, den man natürlich abmachen kann. Hier sieht man den. So, da ist ein blauer Streifen, den kann man abziehen. Also der ist nochmal drauf. Steht ihm aber ganz gut. Er sieht also schick aus. Hat sich auch gar nicht so viel geändert. Oben ist, glaube ich, noch ein Spoiler drauf bei den neuen. Richtig, ja. Aber ich glaube, den, den ich jetzt kriege, der 97, hat auch keinen Spoiler. Der ist ohne Spoiler. Ja, der sieht so aus wie der. Plus, minus. Wir werden den bald haben. Also, gibt einen neuen Concorde demnächst. Das Ganze, Zustand 249,900. Steuer hat er keine? Keine Steuer, war im Privatbesitz, ja. So, und das heißt also, keine Mehrheitssteuer ausweisbar. Das wird das mal sehen. Also, das ist Datenblatt. Und ich gucke mal gerade, also 8,82 Meter ist er lang. Sehr kompaktes Fahrzeug. Damit kommst du über rein. Der ist für einen Liner noch sehr handlich und wendig. Ansonsten gute Ausstattung, Vitraulikstützen, Gastank, Anhängerkupplung. Und es ist ein richtiger LKW. Also, es heißt Druckluftbremse mit drin, Motorbremse mit drin. Das breite Chassis ist hier Serie. Das musst du nicht extra kaufen. Du musst keine künstlichen Radverbreiterungssachen machen. Die Standfestigkeit von dem Fahrwerk ist kein Vergleich, muss man sagen, wie den kleinen. Du merkst es insbesondere auf der Autobahn, wenn du mal LKWs überholst. Das ist einfach ein massives Fahrzeug. So, wir machen die Tür mal auf für euch. Gucken mal in die Garage rein. Stefan hat alles mal aufgeschlossen, hat die wichtigsten Dinge mal entfernt. Ich schnuppere mal für euch rein. Du hast hier Heizung laufen. Ja, die Heizung läuft auf volle Pulle. Ich habe eben mal reingespickt, 27 Grad sind drin. So, er riecht gut. Also, das kann ich euch auch sagen. Das ist so ein erster Geruchstester. Er hat einen Staubsauger an Bord, einen Zentralstaubsauger. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Der Anschluss ist hier auf der Seite. Und dann hat es jede Menge Extras mit dabei. Da werden wir gleich mal drauf eingehen. Das sind die Wohnraumteppiche? Genau, das sind die Wohnraumteppiche. Und die sehen wirklich aus wie geleckt. Die Teppiche, die hier auf den Zwischenböden sind, haben wir alle drin gelassen. Weil der Vorbesitzer sich so viel Mühe gemacht hat, die überall auszuklinken. Und das ist so sauber und so ordentlich. Die haben wir alle drin gelassen. Okay, also der hat wirklich gut drauf aufgepasst. Laufleistung von dem Auto? 66.000. 66.000. Also ein bisschen gefahren ist er auch noch. Aber die Autos sind ja für locker mal eine halbe Million und mehr gebaut. Ein Vierzylinder-Lkw-Motor, 4,7 Liter. Richtig, genau. Der ist noch nicht mal eingefahren. Der ist nicht eingefahren. Der hat jetzt 15% oder 10% seiner Laufleistung. Reicht. So, ein paar schöne Extras sind mit drin. Also dieser Mann stand hauptsächlich auf Campingplätzen. Das ist ja auch okay. Finde ich eine gute Begründung. Dann hast du hier, tu mal Außengasanschluss. Du hast eine 230-Volt-Schleckdose draußen. TV-Außen-Dose, also so eine Multifunktionsdose. 220 Volt, 12 Volt und TV. Falls du eben mal auf einem Campingplatz bist und du bist zu nah an den Bäumen und dann kannst du immer noch mit einem Stativ dir das TV einspeisen. Ja, oder man kann einfach einen Föhn dran anschließen außen. Oder eben. Pass halt auf zum Thema FI. Ganz wichtiges Thema. Ja, dann hast du hier, das hat er nachgerüstet. Das finde ich cool. Selbst nachgerüstet und innen drin wird es noch besser. Also es ist nichts gebastelt, es riecht gut gemacht, was er gemacht hat. Das heißt also hier kann ich das als kleine Theke verwenden für leichte Sachen, die ich auch mal draufstellen kann. Zum Beispiel eine Bierdose. Ja, ich habe das bei meinem Fahrzeug auch so, ja. So, jetzt sind noch Steckdosen. Sind die nachgerüstet, die Steckdosen? Die sind nachgerüstet, ja. So, das heißt, er hat gewusst, also du kannst ja aufmachen, so eine Steckdose mit drin, kann man Sachen anschließen. Hier ist ein Zwischenboden, auch der ist nachgerüstet, hat seinen Sinn. Genau. Denn hier kann man noch was einlegen. Genau, deswegen ist der gemacht, weil du oftmals ja die Höhe von so einem Stauraum gar nicht nutzen kannst und sowas mit zwei Etagen deutlich mehr Möglichkeiten, gerade was Schuhe angeht. Da oben, genau. Ich habe also dieses Fach habe ich im Moment, das ist ein bisschen breiter bei mir als Schuhfach, respektiv, da ist bei mir die Klimaanlage drin, die Staukasten. Ja, ich habe bei mir Getränkekästen drin. Getränkekästen? Ja, Getränkekästen. So, was ist da drunter eigentlich, Stefan? Ja. Drunter? Also, gucken wir erstmal hier rein. So, kann man kurz mal reinschauen. Also, das ist der, dass ihr es mal habt, also rechts neben der Aufbautür, da habt ihr noch ein vollwertiges Ersatzrad, das ist noch drunter. Genau. Für den Fall der Fälle. Und hier, hat der schon AdBlue eigentlich? Ja, das ist der AdBlue-Tank neben dem Diesel-Tank. Diesel sind 180 Liter. 180 Liter Diesel. Und jede Menge, was ich cool finde, echt, hat er sich echt Mühe gemacht, muss ich sagen, hier mit den Teppichboden. Sag mal, ist da eine Alarmanlage drin? Der hat auch eine Alarmanlage, der Wagen, ja. Also, Aufkleber sind drauf, oftmals sind es ja nur Aufkleber, dann hat er hier, ist es die Beleuchtung da, die du einschalten kannst? Guck mal da, plus, minus. Nee, höher, guck mal höher, über den? Ja, das ist hier so eine LED-Leiste. Ah, eine LED-Leiste. Okay, verstehe. So, dann mach mal zu, bitte. Ja. Das Besondere ist, beim Alkohol-Fahrhaus ist getrennt. Das ist ja auch bekannt. Wir haben einen besonderen Grundriss. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Längsbetten hinten? Wir haben Längsbetten hinten, Alkoholfen und dann eben die schöne Rundsitzgruppe, die sich dann ergibt mit dem abgetrennten Fahrerhaus. Also ein schönes Auto für vier Personen. Genau. Wobei, da muss man wirklich sagen, dauerhafte Vier-Personen-Nutzung, aufpassen mit der Zuladung bei siebeneinhalb Tonnen, geht nicht. Da sollten wir nicht unbedingt mit vollen Wassertanks fahren, meine Empfehlung. So, auch da kriegt ihr natürlich einen klaren Hinweis. Wenn das auf siebeneinhalb Tonnen ist, dann muss man ein bisschen drauf achten, was man einlädt. So, hier ist noch eine Beleuchtung mit eingebaut. Die ist ganz spannend. Dann hat er eine Hubstützenanlage? Die hat eine hydraulische Hubstützenanlage, korrekt. So, elektromarkise ist mit drin. Genau, auch richtig. Eine Klimaanlage im Doppelboden eingebaut. Eine Staukasten? Ja. Okay, Staukasten, Klimaanlage. Ich gehe mal kurz hoch. Also die Farben, ganz ehrlich, der könnte auch aktuell sein. Genau, du siehst es einfach nicht. So zeitlos das Modell. Er riecht richtig gut. Er hat keinen... Er hat einen Eigengeruch. Aber der ist wirklich so angenehm. Ich habe auch gefragt, woher kommt der Geruch? Und er hat mir gesagt, das ist ein spezielles Mittel aus Italien, was er gekauft hat. Und er will mir das mal zeigen. Das würde ich gerne bei unseren Wagen auch benutzen, weil es wirklich so einen erfrischenden und nicht aufdringenden Geruch ist. Also du kommst rein. Es riecht so wie... Ihr kennt doch diese Spezialtücher aus den Trocknern, die man so reinlegt, damit es gut riecht. Und so riecht es. Es übertünscht aber auch nichts. Also es ist hier kein Geruch. Also es ist definitiv rauchfrei. Hier war kein Raucher drin. Das würde ich sofort riechen. Das riecht direkt. Dann, ich gucke mal ganz kurz hier rein. Das ist denn das Fahrerhaus, was hier drin ist. Du hast einen wirklich sehr interessanten Grundriss, der das Fahrerhaus auf Wunsch nämlich komplett ausblendet. Dadurch hast du eher so das Apartment-Feeling. Genau, wir haben ja hier diese Zwischentür. Ich kann ja mal gerade rein und raus durch die Tür gehen, dass man sieht, dass es unproblematisch ist, hier durchzugehen. Boah, ich habe voll Hunger. Hier steht frisches Obst auf dem Tisch, Stefan. Hier ist ein Fahrerhaus drin. Ja. Und wenn wir dann eben die Türe zumachen. So, da hat man eine abschießbare Türe mit dabei und dann hat man auch eine entsprechende Wärmeisolierung hier mit drin. Das heißt, du hast keine Kältebrücken hier in dem Auto oder Wärmebrücken. Dann hier oben ein ganz großer Alkoven. Die kann man natürlich wunderbar verwenden, um zum Beispiel Sachen zu transportieren. Oder wenn zwei Leute getrennt schlafen möchten, dann ist das eine prima Geschichte. Mach mal bitte die Tür mal zu, Stefan. Das kann man gerade hören, weil die Straße ist direkt nebenan. Bin mal sehr gespannt, was ist passiert, wenn du die Tür mal zumachst. Jetzt ist Ruhe. Gott. Warte, ich gucke mal, komm mal zu dir. Was wolltest du zeigen? Achso. Rundsitzgruppe, ich zeige es mal gerade. Genau, brauchen wir um, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der die gemütlich Faktor, der die Möglichkeit erhöht. Ich muss das Brett gleich holen gehen ansonsten, aber jetzt wird natürlich das Brett hier reingemacht. So, und dann kommt das Rückenteil mit rein und dann hast du eine durchgehende Sitzgruppe. Ich glaube, das können wir uns vorstellen. Das Brett ist hinten in der Garage. Du magst gerade holen mal ganz kurz, dass wir es einmal zeigen. Sonst sagen die Leute wieder alles. Das machen wir natürlich. Okay, jetzt kann man auch nicht. Ich filme mal gerade hier rein, wenn du nicht drin bist. Dann sieht man mal den Raum. Da ist das Brett. Da ist das Brett. Okay. So, und das ist die Besonderheit. Viele bauen das ja gar nicht zurück, sondern die lassen das geschlossen, gehen außen ins Fahrzeug rein, wenn sie da mal losfahren. Und du hast dann ein richtiges Apartment. Du hast also keine Verbindung zum Fahrerhaus. Das Ganze werde ich ja demnächst mal auch für mich genießen. Und wir sind noch schwer in der Entscheidung, wird es jetzt ein 88G oder ein 90G oder ein Alkoven von Morello. Der neue, der kommt. Und Alkovenmodelle haben natürlich einen eigenen Flair. Das ist nicht jedermanns Sache, oder? Der Alkoven? Nee, ungehört. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man muss die Vor- und Nachteile eben abwägen. Wenn ich das Bett nie brauche und es wird nie zu einem Zweischläfer kommen, muss man echt abwägen, ob man Alkoven braucht oder nicht. Braucht man eh vier Betten, hat es riesengroße Vorteile. Allein diese Sitzgruppe, die haben wir jetzt sitzen im Winter, abgetrennter Bereich, super bequem und eben super effektiv. Ich finde, die Wohnigkeit hier ist enorm, weil du das Fahrhaus nicht siehst. Also das ist nicht Auto oder so, sondern es hat einen unglaublichen Apartment-Look. Wenn du hier mal durchblickst, wir sitzen jetzt hier, dann blickst du auf einen schier endlosen Raum hier rein. Also ehrlich, für 2017 ist das Auto total zeitlos, weil das dunkle Holz ist ja immer kritisch, wenn du dann in der Innereinrichtung Fehler machst. Aber hier hast du dunkles Holz, du hast helle Polster. Passt eins zu eins mit den Farben zusammen, ja. Und dann die Hochglanzoptik in Magnolie. Jetzt zeige ich dir mal gleich, weil ich drauf gesessen habe. Ja. Die Änderungen, die wir da drin haben. Schau mal unter die Sitzbank drunter. Oh, da ist noch... Er hat das praktisch hier die Truhe, an die man sonst fast nie rangeht, weil man ja alles hoch machen muss, entfernt und hat stattdessen das Ganze als Schuhregal gemacht mit Trockenablage. Finde ich super praktisch. Also hier ist eine Schuhablage mit drin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist aber total spannend, weil du an die Schuhe direkt rankommst. Das ist eine gute, aber professionell. Es ist nicht so hingeknaubt. Das habe ich sehr gut gemacht, ja. Das ist übrigens das frische Obst, was ich gerade... Bisschen Deko hast hereingestellt hier. Ja. Die Jalousetten. Genau. Das Centurion Style Paket. In Holzjalousien. Sehr gemütlich. Keine, keine Übervorhänge, sondern nur die Holzjalousien. Sehr modern, sehr gemütlich, ja. Boah, ich will gerade hier sitzen bleiben. Dann hast du den Tisch, den kannst du komplett verschieben auf die ganze Breite. Das ist natürlich auch gut. Ist das so gewesen eigentlich immer? Ja, mit dem Standfuß. Der Tisch ist nochmal wiederum ausziehbar. Kann ich nochmal eine Platte einlegen zusätzlich. Und ansonsten ist der beweglich dann in der Fahrt. So, hier ist der Fernseher in Panasonic. Genau. Eingebaut. Dann... Standardfernsehgerät. So eine kleinere Küche, aber die langt mir. Im Moment habe ich ja auch die Standardküche bei meinem drin. Die ist vollkommen ausreichend. Finde ich zumindest. Und hier oben dann sehr viel Platz. Dann, was ich natürlich auch mag, da bin ich jetzt bekennender Nutzer, ist die Grand Toilette. Werden wir uns gleich mal angucken. Großer Kühlschrank? Ja, großer Kühlschrank. Tech Tower Kombination. Ein Gerät ist das Ganze hier. Ein Backofen kombiniert. Dein Lieblingskühlschrank, Sven, ne? Mhm. Das habe ich erst natürlich vermisst. Der neue ist nicht schlecht, aber ist viel kleiner. Muss man sagen, von der Breite her. Dann hast du hier, das ist die komplette Küche mit drin, mit einem Dreiflamm-Kochfeld. Großen Spüle mit drin. Auch der, ich glaube, der Hahn, der ist wahrscheinlich geändert worden. Genau, das war eben auch so ein Wunsch gewesen, dass man hier ganz normalen ausziehbaren Küchenhahn hat. Und dann auch in schwarz, wie man es zu Hause in der Küche wahrscheinlich auch hätte. Du kennst den Eigentümer, gell? Ja, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Gut, also Kunde bei dir hat den dann treuen Händen. Was ist jetzt mit dem Kunden? Hört er auf zu campen? Nein, aber er ist noch in der Suchphase, weil er einfach gewisse Ansprüche hat und geht auch da keinen Kompromiss ein in dem, was er sucht. Und da sind wir auf der Suche für ihn. Auf der Suche, er hält sich mal sehr bedeckt, finde ich gut. So, und dann hier drunter ist wahrscheinlich ein Mülleimer und so. Hier haben wir einmal die Schubladen, Mülleimer kommt gleich auf der Seite. Gut, die typisch gute Concorde-Verarbeitung. Ja, ist wirklich gut. So, aber alles tippitoppi, ne? Alles wie neu im Zustand. Und du musstest da nicht viel machen in der Aufbereitung? Nein, überhaupt nichts. Überhaupt nichts. So, und dann der Boden, Schiffsbodenoptik hier mit drin. Das ist übrigens das Empfangsgerät für die Staukassen-Klimaanlage mit drin. Und ja, Fernseher haben wir schon gezeigt. Auslässe haben wir hier oben zum Beispiel von der Klimaanlage. Mal gerade den Kleiderschrank reingucken. Da wirst du wahrscheinlich das eine oder andere... Nee, ist zugebaut. Das ist super, gell? Oh, das ist schön gemacht. Also hinten das Schwarze. Bei mir siehst du ja die Rohre, das war kein Problem für mich. Aber die waren hinter einem Bereich, wo du es nicht gesehen hast. Der Kunde hier ist wirklich ein ganz hervorragender Handwerker. Und der hat das selbst gemacht. Und der hat auch, wie ich das gesehen habe, wo der die Klimaanlage eingebaut hat, im Doppelboden. Da habe ich gedacht, Mensch, wie bist du da dran gekommen? Hat er gesagt, du, das, was ich hier mache, das kann mir keine Werkstatt in Rechnung stellen. Weil hier die Klimaanlage sitzt in diesem Bereich im Doppelboden. Hier ist die Trittstufe, Sven. Jetzt fragst du dich, wo du da rankommst. Er hat die Trittstufe ausgebaut. Er hat komplett unten vom Doppelboden aus mit seinem ganzen Körper hier unten drin das Ganze gearbeitet. Im Doppelbodenbereich hat er auch gesagt, das könnte mir gar keine Werkstatt in Rechnung stellen. Das ist eine Tagearbeit gewesen, um das auch so zu verlegen, dass man nichts sieht. Und von dem her, lieber mache ich das, mach das tagelang. Aber er kann es eben auch. Das Coole ist natürlich, was du nicht siehst, das wirst du auch nicht hören hinten. Das heißt also, die Geräuschbelastung ist natürlich bei einer Unterflugklimaanlage minimal. Er hat einen Luftausströmer hier eingebaut. Wahrscheinlich den Rest im... Suchen wir mal. Suchen wir mal. Also die müssen übrigens oben sein, liebe Leute, denn die Kaltelo fällt ja nach unten. Und guckt euch auch unser Video an. Haben wir bei einem Händerkollegen von dir, haben wir mal eine Unterflugklimaanlage eingebaut. Macht ihr aber auch, oder? Ja, machen wir auch, ja. Aber auch hier ist wirklich Zustand. Und der hat den benutzt? Ehrlich? Ja, natürlich. 66.000 Kilometer. Und der Wagen ist wirklich wie neu. Schön ist natürlich bei diesem Bett hier. Du hast einen riesen Stauraum, haben wir eben abgefilmt. Aber schau mal die Höhe, die wir haben. Geh mal rein, das wollen wir mal kurz mal sehen. Wie niedrig das Bett ist. Wenn die hier irgendwo auf Hüfthöhe. Du musst dich nicht anstrengen. Selbst auf der Stufe mit 1,85 Meter kann ich Annian stehen. Da steht jetzt wirklich auf der Stufe drauf und das ging. Das heißt, du kannst dich richtig anlehnen hinten am Bett, wenn du mal gerade reingehst, bitte. Du hast die Schuhe ausgezogen. Ja. Denn du kannst dich jetzt anlehnen, nee, mal gerade anlehnen und kannst hier theoretisch drin lesen. Ja. Und du hast trotzdem die Kopfreude. Das hast du ja selten. Sowohl hier als auch da. Komplette Freiheit macht ein riesengroßes... So, ich komme mal zu dir rein. Oh ja. Das ist krass. Du, du hast hier viel Platz drin. Das heißt also viel Höhe. Da hätten wir noch einen Zwischenboden einziehen können und hätten oben Doppelstockbetten. Habe ich gesehen in einem Van. Hast du mal gesehen? Da schlafen die mit 30 Zentimeter Abstand in einer Vierblatthöhe dann übereinander in manchen Vans. Und wer hier kreativ ist, ist hier ohne weiteres machbar, hier oberhalb vom Fenster ein Bett reinzuziehen. Ja, also ich weiß nicht. Also hier Schlafplätze plus eben noch vielleicht einen Notschlafplatz auf der Couch. Brauchen wir hier nicht. Im Wenn, sagen wir immer, aus Spaß dazu, wenn wir das sehen, Toaster. Das sieht aus wie, als es getoastet wird. So, jetzt hast du hier einen Kleiderschrank. Ja. Das ist ziemlich groß. Das siehst du aber nicht rein, wenn ich ihn aufmache. Da musst du dich wieder vom Bett runter bewegen. Also, warte mal. Das mache ich jetzt mal. Gehen wir kurz hier rein. Also ich zeige euch erstmal gerade mal die Dusche. Also hier haben wir eine große Dusche mit drin. Die Marmoroptik. Was ist das hier in Tourstadenoptik dahinter? Das hat der Kunde auch selbst gemacht gehabt. Schiefer. Diese Optik, das ist praktisch ein Vinylbelag, der extra für Badezimmer geeignet ist. Und das ist nur optisch hier drüber gemacht, das Ganze. Aufgewertet. Über den originalen Belag, ja. So, und hier vorne hast du dann deinen Waschtisch. Und hier genauso. Das ist da eben angepasst, dass es passt. Aber ist es perfekt, oder? Super. Warme Farben, die miteinander harmonieren, sieht super aus. Was ist das für ein Handwerker? Was ist das? Wirklich ein Allrounder. Aber wirklich alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Hauptsächlich aber elektrisch sehr versiert. Er spricht ja luxemburgisch. Letzeburgisch. Schwitzeburgisch. Du kannst das ja auch, ne? Ja, sagen wir mal so. Die einen sagen so, die anderen so. Weißt du, wie es ist? Also großer Kleiderschrank, da haben wir jetzt mal reingeguckt. Ach, da hast du viel Platz. Ich meine, wir haben hier nur eine Länge von, glaube ich, neun Metern hier. Ja, genau. Acht Meter achtzig haben wir als Länge. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück. Jetzt wird das mal sehen. Also das ist das Raumbad, in dem du dich jetzt befindest. Das kann man natürlich zuschließen durch die Schiebetür. Mach mal bitte zu. Das war, kurz mal schauen. Die ist jetzt gelockt. Und tschüss. Und nochmal auf. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ja auch schon alle wach. Und dann hast du, ja, das ist natürlich, ich bin, ich bin. Ich habe mal Komfortbad mit separater Toilette. Aber eben die Tedford Toilette. Gut, ganz ehrlich, die Tedford hat wenigstens den Vorteil, die hat einen großen Tank. Du kannst den zweiten Tank mit dazunehmen, machen viele. Natürlich. Und dann hast du eine große Autarkie. Und umrüsten geht nicht mehr, oder? Umrüsten würde natürlich schon gehen. Müssen wir nur gucken, an welchen Tank man rankommt. Ganz toll ist es auch nicht, wenn wir dann eben den Grauwassertank angehen, weil wir ja keinen separaten Tank hier vorverlegt haben. Gehen tut alles. Inwiefern das Sinn macht, ist die andere Frage. Gerade bei dem Grundriss, wenn man noch daran denkt, den Wagen auf siebeneinhalb Tonnen zu fahren, hat natürlich diese Toilette einen Riesenvorteil vom Gewicht. Also es ist halb so wild. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt auch ein Kabel, habe ich jetzt die Kassettentoilette benutzt. Geht. Ja, ich sage, im Vergleich zum, wenn du einen vollen Fäkaltank mit dir fährst, hast du natürlich mehr Gewicht. Dann, guck mal hier, ein Spiegelschrank. Ja. Der ist sehr versteckt, aber er ist da. Zahnbürste und so. Geht's, was du? Ja, geht's super. Und die Raumtür hast du jetzt geschlossen und das ist gleichzeitig dann die Klotür. Genau, das ist gar nicht in die Klotür. Meine Güte, das ist warm hier drin, ne? Ja, du hast die Heizungen gemacht, das merkt man. So, und wir sind mitten im Winter, heute ist der 16. Februar. Dann hast du hier noch einen Kleiderschrank. Haben wir den schon gezeigt? Ähm, ich glaube, den haben wir schon gezeigt, denn hier, das war mit der Klimaanlage. Ah ja, mit der Klimaanlage, das war der. Hinten den Kleiderschrank vorn. Ja, wir drehen ja heute ein bisschen was und dann können wir das sagen. So, also der, der ist jetzt zu haben. Genau. 24 Minuten, die sich gelohnt haben, halt mal das Datenblatt rein. Was haben wir, Lithium-Batterien, zweimal Super B sind drin. Super B sind drin. Wie viel, 210? Zweimal, ja, was haben wir da? 360. Zwei 360er. Ja. So, also ein schönes 6,88 Tonnen wiegt er. Zuladung fast eine Tonne bei 7,8 Tonnen, beziehungsweise er hat die 600 Kilo bei 7,5 Tonnen. Ist auch realistisch, ne? Weil er ja auch die Lithium-Batterien drin hat und keinen Zerhacker. Er hat aber einen Sog, habe ich eben gesehen. Das heißt, also die Chemie-Toilette hat eine Entlüftung mit drin, sodass es nicht riecht. Und es riecht wirklich nie. Du riechst, eben als wir das Klo auch geöffnet haben, da war nichts zu riechen. Nein, 0,0 Geruch, ja. Okay, also das leugnet. Aber das Fahrzeug, ich rieche hier gar nichts drin. Also es hat ein Soundsystem mit eingebaut? Ja, das ist das. Jeder Soundsystem ist hier mit drin. Ab Werk. Dann die Aufbordtür hier ist mit drin. Da ist der Fernseher auf der Seite. Schönes Auto. 249.900 Euro. Und Zustand ist wirklich toll. Dann auch vorne, das Fahrerhaus hat sich, glaube ich, das Cockpit gar nicht verändert. Also siehst von außen. Also das Baujahr kannst du nur ahnen, oder? Kannst du nur ahnen. Das kann genauso gut ein 20er Modell sein. Könnte auch ein 14er Modell sein. Ich glaube, ab einem 14er Modell sieht es so aus. So, Alarmanlage ist mit drin. Es hat Solar am Dach. Guck mal. Ja, viermal. Viermal. Viermal 120 Watt Peak. Also rund 500 Watt Peak. Dann hat es eine 6-Gang-Automatik-Getriebe ist mit drin. Das ist Standard. Es hat eine Luftfederung-Hinterachse mit Heben-Senken. Das ist auch Standard bei dem Modell. Und 180 Liter Diesel-Tank. Das ist auch der große Tank. Ja, den brauchst du auch bei so einem Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie du mit dem Verbrauch klarkommst. Aber in der Regel kommt man mit dem Eurocargo sogar mit weniger aus wie mit dem Daily. Also ich habe es, soll ich dir mal sagen, was ich geschafft habe in Norddeutschland? 13, 14 Liter. 11,8 Liter. Also das schaffe ich hier nicht. Liegt an den Bergen. Also hier brauche ich so um die 15 Liter. Aber wenn du unten in Hamburg gefahren bist, 11,8 Liter waren ganz normal. Ich habe es nach Süditalien auch geschafft. Nach 1200 Kilometer war der Tank mehr als ein Viertel voll und dachte, jetzt musst du wirklich mal tanken gehen. Wenn du es mal nachregnest, es konnte eigentlich gar nicht sein. Hängt von der Fahrweise ab. Also was ganz krank ist, wenn du mit dem Ding Landstraße fährst, 65 kmh. Das heißt, du nimmst nicht die Autobahn und fährst zum Beispiel in Frankreich einfach über die Nationalstraße. Du darfst eh nur 80 kmh fahren. Auf einmal sinkt der Verbrauch auf fast 12 Liter. Weil der fühlt sich besonders wohl zwischen 60 und 80 kmh. Oder wiederum nachher so bei 90, mag ich es auch. Wo er sich so wohl fühlt dann von der Drehzahl. Bei mir ist das Getriebe ja hochgesetzt. Also die hatten ja so Schaltprobleme und deswegen haben die ganz leicht die Drehzahl angehoben. Und deswegen fühlt er, ist er besonders sparsam so zwischen 60 und 80. Bei dem hier ist wahrscheinlich das lange noch drin. Weil ich merke sonst immer bei 80, wo dann irgendwo von der Drehzahl so niedrig ist und dann immer ein bisschen mehr. Bei 90 komme ich am besten klar. Also richter Lkw. Das Ganze ist da, heißt Cruiser A894L und ist Baujahr, was haben wir, 2017, also 12, 2017. Also ist eigentlich fast ein 218er, der da ist. Und Sitzplätze vier Stück. Alarmanlage ist mit drin, Klimaanlage ist mit drin. Und Gastank hat auch 150 Liter Gastank, haben wir dann glaube ich noch nicht gezeigt, aber ist mit drin. Und Solar ist mit drin, also volle Hütte. So und das Ganze ist zu kriegen bei der Firma Wohnwagen Vogt in Düsseldorf. Ihr habt irgendwie ein Update gefahren, oder? Nee, in Saarbrücken. In Saarbrücken, ja. Ja, der braucht mal ein Update, was ja kein Problem hat. Könnt ihr über den Masterstand ja auch gucken. Er hat eine Masterbolt. Ja, da ist eine Masterbolt-Anlage drin, ja. So, eine alte Heizung ist mit drin. Auch das Ganze witzig ist, er hat alle Bedienelemente angewinkelt. Hast du gesehen? Ja, das ist richtig cool, ne? Also die sind nämlich normalerweise nicht angewinkelt, er hat sie angewinkelt. Das ist immer eine richtig gute Idee, ne? Cool. Wenn du da mal gerade aufmachst für mich, will man gerade sehen, wie das innen aussieht. Guck mal hinter die Kulissen. Also da kann man überall hinter gucken. Da hat er sogar richtig was gebaut. Eine Mimik, das richtig angewinkelt. Also alles, wenn das, guck mal hier, das Jena hat, hat ein 5-Kanal-DSP, ist mit dabei. Also ein tolles Soundsystem. Eine Max-View ist mit drin. Das ist natürlich auch richtig schön. Coole Anlage. Und ja, ein Kühlschrank-Lüfter hat er auch nachgeholt, der von Titan. Den kennst du? Ja, von außen habe ich ihn schon gesehen. Das ist nämlich eine rote LED. Cool. So, und das war die Öffnung. Wir gehen raus. Wir sind bei Wohnwagenpugt in Saarbrücken. Draußen ist auch schön frisch. Schätzt mal draußen, Temperatur mittlerweile 16 Grad. Ich glaube, es sind heute Morgen, war Frost gewesen. Was dürften wir haben? Ich weiß nicht. 5, 6 Grad. Denn wir haben tatsächlich den, was ist heute? Der 18., 16. 16. Februar 2023. Vetter Donnerstag im Saarland. Vetter Donnerstag, ja. Der Cruiser zum, naja, Schnäppchenpreis bin ich jetzt mal vorsichtig, aber zum sinnvollen Preis. Du übernimmst ein Jahr Garantie dafür. Das ist allein schon ein großes Risiko. Aber du sagst, die Dinger sind so haltbar, so zuverlässig. Da hat man die nächsten Jahre Freude dran. Und ein Jahr übernehme ich. Geht auf mich, wenn jemand kauft. Genau, das ist auch die gesetzliche Vorschrift. Und die halten wir uns natürlich. Du könntest ja an gewerbliche verkaufen, das ausschließen. Klar, wenn jetzt ein gewerblicher das kaufen möchte, dann bekommt er eben einen Nachlass dafür, für das er sich eben keine Haftung übernehme. Das muss man fairerweise genauso tun. Und ansonsten halten wir uns da dran. Ansonsten gibt es auch eine Haftung für gewerbliche zu den Preisen, ne? Sag ja. Nein, also wenn ich den jetzt zum Beispiel als Firma kaufe. Ja, als Firma. Also es kommt jetzt darauf an, ob es jetzt eine normale Firma kauft, die den nutzt, oder ob es jetzt ein Wiederverkäufer ist. Da differenziere ich. Wenn du jetzt als GmbH das kaufst, nutzt es eben gewerblich, so war das nicht gemeint, sondern wenn das eben jemand kauft, der damit handelt und wieder verkauft. Wenn ich jetzt eine Bäckerei habe und ich benutze den gewerblich, dann ist das was anderes. Wenn ich jetzt Wiederverkäufer bin, kriege ich es nicht. Okay, verstanden. Stefan Buhr, Wohnwagen Vogt. Komm, wir zeigen doch gerade deine Telefonnummer. Hier vorne steht es auf dem Charisma. Die 0681 992880. Wir filmen relativ oft in Saarbrücken. Für mich ist das natürlich schön. Da kann ich morgens aufstehen, ein bisschen filmen, mich wieder hinlegen. Und da vorne steht der Cruiser Euro Cargo 75210. Tschüss. Ciao.